Wachen wir nachts auf und blicken auf unser hell erleuchtetes Handy-Display, werden wir stark geblendet. Bei Tageslicht ist derselbe Vorgang jedoch für uns überhaupt kein Problem. Das heißt, wir werden geblendet, wenn es keine gleichmäßige Leuchtdichte gibt. Wenn wir Blendung längerer Zeit ausgesetzt sind, beispielsweise im Büro, kann sie Kopfschmerzen verursachen und den Arbeitsablauf negativ beeinflussen. Dabei ist egal, ob die Blendung direkt über eine Lampe oder indirekt beispielsweise über die Reflexion eines Computerbildschirms erfolgt. Unterschieden werden physiologische Blendungen und psychologische Blendungen. Zweitere ist rein subjektiv, was bedeutet, dass sich manche Personen auch trotz gleichmäßiger Leuchtdichte geblendet fühlen können. Physiologische Blendung hingegen lässt sich berechnen. Ein Verfahren hierfür ist das Unified Glare Rating, kurz UGR, das entwickelt wurde, um die Bewertung der Blendung weltweit zu vereinheitlichen. Bei der Berechnung ergibt sich eine Werteskala von 10 bis 30. Vereinfacht gesagt gilt, je kleiner der Wert, desto geringer die Blendung. In der Arbeitsplatzrichtlinie DIN EN 12464-1-2011-08 werden für unterschiedliche Einsatzorte und Leseaufgaben verschiedene UGR-Werte vorgegeben. Technisches Zeichen UGR kleiner 16 Bildschirmarbeitsplatz Lesen, Schreiben und Rechtsräume Kontrollarbeiten UGR kleiner 19 Arbeiten in Industrie und Handwerk Empfang UGR kleiner 22 Grobe Arbeiten und Treppenhäuser UGR kleiner 25 Beim UGR handelt es sich um einen Wert, der sich auf eine genormte Raumgröße bezieht. In der Praxis jedoch ist er stets abhängig von vielen Faktoren. Raumgröße, Leuchtenposition, Reflexionsgrade der Decken, Wände, Montagewinkel etc. Eine Herstellerangabe von UGR kleiner 19 sagt etwa aus, dass in einer genormten Raumgröße entspricht einem Raum mit Abmessungen 4H, 8H und den Reflexionsgraden Boden 20%, Wände 50% und Decke 70% eine geringe physiologische Blendung vorhanden ist. Beim UGR-Tabellenverfahren werden die Raumdimensionen für die Länge und Breite des Raumes jeweils in Abhängigkeit zur Höhe H angegeben. Sie steht für die Höhe zwischen der Augenhöhe des Beobachters und der Leuchte. Der Wert H ist dabei für die Berechnung auf 2 Meter festgelegt. Bei unseren Produkten finden sich beispielsweise Angaben wie 2H, 2H, 4H, 8H, 8H, 8H. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass eine Lichtquelle bei gleichbleibenden UGR mit einem höheren H-Wert eine niedrigere Blendung verursacht, wenn man es berechnet. Es ist empfehlenswert, sich bei Beleuchtungsprojekten nicht rein auf die UGR-Angabe zu verlassen, denn das UGR-Verfahren wurde ursprünglich für punktuelle Lichtquellen entwickelt. Große Lichtflächen oder lineare Lichtquellen ergeben bei dem Berechnungsverfahren einen Wert, der nicht mehr mit der empfundenen Blendung übereinstimmt. Besonders Beleuchtungslösungen mit LED-Lichtquellen sind davon betroffen. Eine professionelle Lichtplanung kann hier eine Unterstützung sein. Einige Beispiele für die UGR-Angabe und wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Blendung sein kann. Sowohl die LED-Panels aus unserer Business-Line als auch die aus unserer Professional-Line erreichen einen UGR-Wert von kleiner 19. Während die Business-Line eine glatte, diffuse Lichtaustrittsfläche besitzt, verfügt die Professional-Line über ein prismatisches, lichtstreuendes Cover. Die wahrgenommene Blendung ist deshalb bei der Professional-Line trotz des gleichen UGR-Werts signifikant verringert. Bei der UGR kleiner 16-Line kann die empfundene Blendung im Vergleich zu den flächigen Panels trotz niedrigerem UGR-Wertes höher sein. Das liegt daran, dass das punktuelle Licht dieses Panels je nach Blickwinkel des Betrachters mittels UGR nur unzureichend berechnet werden kann. Mehr Erleuchtung gefällig? Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und verpassen Sie keins unserer LED-Wissensvideos!